und weiter geht's mit let's play minecraft skyblock island genau ihr kennt ja und ja wir sind hier auf unserer schönen insel mit unserem schön lauten portal und was mir eingefallen ist ist dass wir das portal eigentlich nicht mehr brauchen da hat sie nur noch ein paar paar close da uns trüben im nether und brauchen im moment nicht und zur not können wir das portal noch wieder aufmachen und deswegen mache ich das jetzt kaputt verdammt ich idiot das geht gar nicht so einfach ich habe gedacht das kann ich einfach zu bauen und wie kann ich das portal kaputt machen nee den obsidian lasse ich mal im moment kann ich vielleicht irgendwie mit lava das zerstören mit wasser ich probiere es einfach mal verdammt das wollte ich hier ganz gechillt das portal zerstören so geht's und derzeit bitte still danke dann haben wir jetzt hier nämlich unsere ruhe so gut ruhe wunderbar so dann hier das wasser wieder raus einmal können wir hier wieder rein tun so und dann sieht es hier ein bisschen chaotisch aus so wie das jetzt hier im moment ist und ja ich habe mal in der nacht jetzt ist ja nacht wir haben nicht nachts aufgehört glaube ich auf jeden fall habe ich mal ein bisschen im koppel so gefahren fast einen ganzen minecraft tag lang damit wir hier ein bisschen was erreichen können und genau wie spät ist denn ja es wird bald dann wieder morgen und so dann fahre ich noch mal ein bisschen koppelstern und so lang verabschiede ich mich noch mal kurz also bis gleich so und rechtzeitig zur dämmerung sind wir wieder zurück ich habe jetzt hier unten sieht ihr es noch mal ein bisschen koppelstern gefahren und um die jahre im moment nehmen wir mal ein bisschen was mit an koppelstern denn die spitzhacken sollten lang und dann gucken wir doch mal hier hinter wobei verdammt das sind noch kripp und ich habe da noch ein schwarz oder kann ich kripa jagen gehen mal gucken ob das was wird ja gehen wir mal kripa gucken beziehungsweise ja doch gehen wir mal kripa kurz gucken damit warten erst noch sind die anderen monster schon verbrannt ne auch noch nicht dann warte ich da jetzt lieber noch kurz bis die fans verbrennen und ja so lang erkläre ich euch mal meine pläne ich habe jetzt erst mal vor meine monsterfalle hier wegzubauen die ist nämlich irgendwie fail die funktioniert nicht richtig und genau deswegen will ich jetzt da mal einfach hinter gucken und die abbauen einfach hier wieder hier wieder hoch die abbauen dann den weg hier auch wieder zurück bauen und dann hier unter diese ganze insel hier noch mal noch mal eine plattform drunter bauen dann hier noch mal alles abbauen ja ich weiß es hört sich jetzt schlimm an und dauert wahrscheinlich auch eine weile aber das heißt einmal vor dass ich einfach alle rohstoffe habt die von skyblock island irgendwie geliefert worden und danach was ist das ach so da steht eine fackel ok ja und danach genau guck mal dann mal und baue ich hier so eine plattform hier außenrum ein bisschen und da stellen wir dann mal ein richtiges haus drauf und dann baue ich auch außenrum mal schöne farben nicht so ein hässliches teil hier wie hier das kann man ja vergessen ja aber das braucht eben alles seine zeit und deswegen glaube ich dass ich da die nächsten parts beschäftigt sein wollte aber ist ja gerade gut so nehme ich mal das roten flash und essen es mal ein bisschen was so jetzt habe ich es um ja weil ich ja da doch relativ ja viel hunger habe schon wieder ja was ist was hat das jetzt gerade habt ihr es gesehen bestimmt hat das gesehen kompletter hänger kurz ja gut jetzt sind nur die creeper da dann gehe ich da mal raus verdammt ihr kennt das problem vielleicht pre-release 6 kann man keine türen mehr aufmachen gut dann mache ich halt die tür hier weg verdammt naja so und da ein knochen epic aber jetzt creeper bleibt ja weg ich sag's dir gut schon tot und jetzt haben wir ein knochen mit und dann gucke ich mal da hinten sind eh keine items ähm nein ok dann halt nicht aber wie gesagt wir sind ja eh eigentlich hergekommen um uns hier hochzubauen um das ganze wieder rückgängig zu machen also um ähm genau um die monsterfalle wieder abzubauen so und dann machen wir das doch einfach mal wie hoch war denn das mann 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 habe ich die hoch gemacht ok egal so genau dann bauen wir das ganze ah ok hier oben ist noch mal ein bone sehr schön ähm ja und dann bauen wir das ganze ding hier jetzt mal ab sagen warum ruckelt denn das das gibt's doch nicht das sah schon in skyrim was hat denn mein pc grad mann 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 also so 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 dann baue ich das ganze jetzt mal ab jetzt läuft es wieder ganz normal naja fast normal mann mann das muss ich mal unbedingt gucken was das soll weil beim skyrim let's player das auch schon so komisch gehackt 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 ähm spastet keine ahnung was das soll naja also dann bauen wir uns hier jetzt wieder runter genau dann ist die monsterfalle schon mal weg dann bauen wir jetzt als nächstes da unten die plattform weg ja wenn ich dann irgendwann mal unten bin dann bauen wir den weg zurück ein stück auf jeden fall ähm ne ich bau ihn mal ganz zurück oder fast ganz zurück ähm genau so so und jetzt sind wir auch wieder unten jetzt und dann sammeln wir hier mal die ganzen cobblestones ein wunderbar so und dann bauen wir hier mal die plattform ab Stück für Stück das muss ich jetzt alles runterfallen lassen das kann ich jetzt nicht alles aufsammeln das ist auch nicht so schlimm cobblestone haben wir ja eigentlich genug ein cobblestone muss man ja nicht sparen so und wenn ich tue erstmal den ganzen Sand hier weg machen so 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 und dann noch jetzt fertig okay und dann hier weiter abbauen ja bauen ist halt auch Part von Minecraft auf so 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 das so 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 So, und dann sind wir ja schon wieder so gut wie fertig. So, 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 so. Meine Spitzhage ist ja auch so gut wie kaputt, aber ich bin hier auch fertig. So, bauen wir jetzt hier den Weg hier zurück. Da muss ich jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht mit runterfalle, also den Stein unter mir irgendwie abbaue. Das wäre ärgerlich. So, und dann mache ich das mal so. Klick, so. Gut, jetzt ist meine Spitzhage kaputt, dann gehen wir mal zurück und craften uns gleich ein paar neue. Und, ähm, genau, dann können wir auch gleich Bäume pflanzen, beziehungsweise, pflanzen muss ich ja eigentlich gar nichts groß. Ähm, ich habe hier meinen Knochenmehl. Das mache ich dann gleich mal wieder zu Bonemeal. So, habe ich sechs Bonemeals. Und dann mache ich hier mal einen Baum irgendwo hin. Hier, ist schön. Dann lasse ich den mal wachsen. Ha, gleich ein großer, sehr schön. Und dann crafte ich mir mal kurz eine Axt. Ich habe ja noch relativ viel Holz sogar. Aber egal, das mache ich jetzt einmal ein bisschen mit meinem Knochenmehl jetzt angeben. So, und dann mache ich mir jetzt hier nochmal ein paar Sticks. Ähm, so. Dann mache ich mir jetzt nämlich gleich mal zwei Spitzhacken. Eins. Zwei. Die eine kommt hier unten rein. Und dann noch eine Axt. So. Und eine Schaufel kann ich mir doch... Ne, eine Schaufel brauche ich eigentlich nicht. Ähm, Hark habe ich noch. Ja gut, dann können die zwei Sticks hier nochmal weg, zwischenzeitlich. So. Wunderbar. So. Dann bauen wir den epischen Baum hier mal ab. So. Ach, das ist ja sogar ein ganz großer, oder? Ich glaube, das ist, ähm... Na, es gibt ja auch noch mal so mittelgroße Bäume. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer. Bin mir ja gerade nicht sicher. Ähm, ja, vielleicht labere ich gerade auch einfach krampf. Kann natürlich auch sein. So. Und weiter geht es mit abbauen. Genau. Okay, da geht es noch weit, 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 weit hoch. So. So. Ja, da hat es überall noch... Ähm... Abgeholzte... Holzdinger drin. Und da muss ich jetzt aufpassen, da kann ich nämlich runterfallen. Ähm, Moment mal. Oder? Ah, ne, da kann ich gar nicht runterfallen. Sehr schön. So, ich lege es aber jetzt einmal nicht drauf an. Ähm, Moment. Hüpf. Ha, jetzt kann ich aber runterfallen. Ja. Gut. Jetzt darf ich... Also nicht das Holz hier irgendwo... Nicht, dass das Blatt unter mir verschwindet. Ja, genau. Die zwei Holzdinger da unten darf ich jetzt nicht abbauen. Sonst bin ich tot. So. Boah, ich bin gerade über dem Nichts. Das irritiert mich irgendwie. Ich gehe lieber wieder zurück. Das macht mir Angst. Ähm, hüpf. So. Mann, jetzt muss ich nochmal eins hoch, dass ich den da oben noch kriege. So. Jetzt da noch einer. Da noch einer. Und da noch einer. Was heißt, einer hat ein Holz. Wenn jetzt ein bisschen was runterfällt, irgendwo ist es mir jetzt auch wurscht. Also seitlich ganz weg runterfällt. So wie die zwei Stücke jetzt zum Beispiel. Aber ja, das ist mir jetzt echt egal. Ich habe jetzt von dem einen Baum hier 30 Holz gekriegt. Und das langt doch dann mal wirklich. So. So. Hier liegt sogar noch was. Liegt hier noch was? Nö. Okay. Aber das ist komplett in Ordnung. Und dann hier mal. Bäm. Zwei 64er Stacks und ein 4er Stack Holz. Also bitte. Ähm. Und ein 4er Stack. Ja, genau. Also zwei Stacks und ein bisschen was. Ist doch in Ordnung. So. So. Und. Dann. Ähm. Ich mache mal kurz den Sound ein bisschen leiser. Und weiter geht es. Also nicht direkt den Sound, sondern die Musik im Hintergrund habe ich ein bisschen leiser gemacht. Und ja. Dann würde ich doch mal sagen, bauen wir hier mal weiter ab. Moment. Ich habe hier meine. Ich habe jetzt hier 10 Sepplings dabei. Was soll denn das? Ähm. Ach verdammt. Das ist ja noch Holz. Holz. So. Baue ich das noch ab. So. Und da oben drin ist bestimmt auch noch. Oh. Hier ist ja noch Holz. Und da oben drin bestimmt auch noch. Aber das baue ich dann nachher irgendwann ab. Jetzt ähm. Tue ich erstmal die Sepplings hier rein. noch. Und das Bone Meal. Die wertvollen Sachen. Tue ich mal da rein. Dann powder auch mal. Genau. Aber den Rest. Der ist jetzt erst mal egal. Kann ich mit einer Schaufel auch schneller Schnee abbauen? Weiß ich nicht. Ja. Das geht so auch schon schnell genug. So. 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 Nein. Jetzt wird es nicht schon wieder Nacht. Oder? Doch. Okay. Dann beeile ich mich hier einfach mal ein bisschen mit dem Abbauen. Da muss ich nämlich gar keine Angst haben, dass die Monster spawnen. Aber ich bezweifle ja ganz ehrlich gesagt, dass ich das noch rechtzeitig schaffe. Bis ich jetzt da vorne bin mit Schnee abbauen. Ist nämlich so gut wie Nacht. Egal. Wird schon nicht gleich irgendwo was spawnen hinter mir. Ich passe einfach noch ein bisschen auf. So. Jetzt geht es aber mal zügig hier zurück. Ah, schade. Langt nicht ganz, wenn ich einfach so laufe. Muss ich immer kurz Pause machen. Also so schleichen. Moment, jetzt hat es gerade geklappt. Ja, aber langt nicht ganz. So. Gut, gut. Und ich mag, ich brauche unbedingt Essen. Hoffentlich wächst meine Melone. Mauer, verdammt. Die hätte ich ja mit Knochenmehl auch düngen können. Wird ist es denn noch? Okay, jetzt kann es so gut wie nichts mehr spawnen eigentlich. Jetzt komme ich nämlich gleich in den Leuchtbereich von meinen Fackeln. Ja, genau. Jetzt. Ihr seht es schon da unten. Der Stein wird heller und heller und heller und heller. Und das kann ich jetzt eigentlich lassen. Sehr gut. Okay, und hier ist alles ausgeleuchtet. Moment. Dann düng ich doch mal einfach die Melone jetzt. So. Nehme ich hier mal einen Knochenmehl mit. Und düng die Melone hier einmal. So. Fertig. Gewachsen. Wunderbar. Jetzt soll da nur noch eine Melone hin. Aber zügig. Bitte. Naja. Kann ich jetzt nichts machen. Dass es schneller geht. Leider. Einfach ein bisschen warten. So. Wo kann ich denn nochmal ein bisschen was ausleuchten? Da ist noch ein bisschen dunkel, weil die Fackel da hinten so weit weg ist. Okay. Ähm. Ja. Kann ich doch eigentlich schon mal anfangen mit meinen Plattformen hier drunter bauen. Nämlich, dass hier dann alles weg machen kann. Wie tief muss ich denn da? Da ist die Normalebene hier unten. Also. Hier auf der Ebene hier. Okay. Dann gehe ich halt da zwei weiter runter, damit ich ein bisschen genau Platz habe. Okay. Gut. Das mache ich dann wieder mit so einem kleinen Aufzug. Mit so einem kleinen Wasseraufzug. Ähm. Jetzt tue ich aber wirklich mal alles weg. So gut wie. Weil da ist jetzt das Sterberisiko dann doch relativ groß. So. Ähm. So. Nur das nehme ich mit mal. Den Eimer muss ich gar nicht mitnehmen. Den brauche ich jetzt nur noch kurz. Weil ich ja. Moment. Wie mache ich es denn am dümmsten? Ich glaube ich mache es einfach so. Ähm. Genau. So. Und dann tue ich hier drunter nämlich das Wasser hin. Moment. Dann brauche ich hier noch zu. So. Dann kommt hier drunter das Wasser. Und damit es nicht gefriert. Also damit ich nicht hier unten dann, ähm. Auf einmal losgelassen werde. Jetzt teste ich das nur kurz. Warte noch kurz. So. Melone Wachs. Ähm. Ja. Warte noch kurz. Ob das auch wirklich nicht gefriert. Nicht dass ich dann da unten absturze. Wenn kein Wasser mehr nachkommt. Aber ich glaube das geht so ganz gut. Ne. Und dann würde ich doch mal sagen. Fange ich das gleich an. Das kann ich nämlich auch gut nachts machen. Dann nehme ich mal ein paar Fackeln mit. Ähm. So. Drei Stück. Das langt doch erst mal. Cobblestone. Neh. Ich nehme mal zwei Stacks mit. Genau. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ne. Okay. Ähm. Da muss ich nicht zumachen. Da kann nichts mehr spawnen. Kann eigentlich nichts mehr spawnen. Also in der Nacht dürfte eigentlich kein einziges Monster in diese Minecraft Welt hier kommen. Ja. Okay. Und da hat es noch einiges an Holz drin. So wie es aussieht. Also hier auf jeden Fall auch noch irgendwo. Ah ja. Da. Sonst wäre das nämlich schon alles lange. Despawnt. So. Das fällt wahrscheinlich auch runter. Aber ist mir jetzt auch egal. Na. Hier kriege ich vielleicht noch ein Holz raus. Und da. So. Ganz voll ins Eck. Vielleicht erwische ich es. Verdammt. Jetzt nicht mehr. Hier vielleicht ganz voll ins Eck. So. Ne. Das ist zu weit weg. Ah. Dann baue ich mich halt da hier mal zwei hoch oder so. Oder drei. Damit ich es sicher erwische. Ich depp. So. Und. Genau. Dann ist der Baum hier auf. Da komplett weg. So. Okay. Das Wasser fließt immer noch. Okay. Dann mache ich das jetzt mal. Aber vorher muss ich jetzt mal kurz gucken nach dem Ruckeln. Weil das geht so echt nicht, dass das hier so komisch ruckelt die ganze Zeit. Da muss ich mal was dagegen machen. Also bis gleich Leute. Okay. Und weiter geht's. Und ruckelt es immer noch. Es läuft mit 60 Frames. Er nimmt mit 60 Frames auf. Er nimmt nicht mehr mit 60 Frames auf. Er nimmt wieder mit 60 Frames auf. Ähm. Ja gut. Packt das jetzt oder packt das nicht? Jetzt nimmt er nicht mehr mit 60 Frames auf. Jetzt mit 30. Jetzt wieder mit 60. Was soll denn das? Leute. Einfach aufnehmen. Ist es zu viel verlangt? Gut. Jetzt packt er es scheinbar. Hm. Das war nur noch das Laden. Okay. Ähm. Ich habe jetzt das ganze mal. Ähm. Ich habe jetzt nämlich mal kurz probiert. Ähm. Mein gerendertes auf der externen zu speichern. Aber irgendwie packt er diese Full HD Bitrate nicht zu übertragen. Keine Ahnung. Ähm. Irgendwie ruckelt es die ganze Zeit. Okay. Aber auf der internen ruckelt es jetzt genauso. Leute. Was soll denn das? Gibt es da nicht. Hm. Jetzt packt das wieder. Okay. Irgendwie stresst er Frups. Ziemlich übel rumgerat. Hast du. Hölle Leute. Na jetzt muss ich mal so spielen wohl. Oder übel. Ähm. Ja. Das mache ich jetzt einfach auch mal. Ist ja nicht so furchtbar. So. Dann würde ich doch mal sagen. Wow. Gehe ich mal hier rein. Moment. Gehe ich mal hier ein bisschen so seitlich raus. Genau. Ja. Alt. Okay. Also jetzt. Ihr seht es ja. Also das ruckelt gerade ganz übel. So kann ich das nicht machen jetzt. Ähm. Ja. Ich muss hier nochmal rumprobieren. Kurz. Bis gleich. So. Mal gucken ob es jetzt geht vielleicht. Ähm. Ja. Man darf die Hoffnung stoppt zuletzt. Ähm. Ja. Mal gucken. Okay. Also ich probiere es jetzt einfach nochmal. Also jetzt gehen wir hier wieder runter. Ähm. Und es läuft flüssig bis jetzt. Ich will jetzt nichts beschreien. Vorher ging es ja auch am Anfang kurz. Aber es scheint zu gehen. Mal gucken. Gucken wir nochmal weiter. So. Ähm. Dann baue ich mal hier einen hin. Und hier einen hin. Und hier einen hin. Und dann wird da die Plattform gebaut. Auf der Ebene hier. So. So. Und. Ich stehe drauf. So. Und das hier wird jetzt meine Hausplattform. Also auf der Ebene hier. Warte ich jetzt mein Haus bauen. Meine. Ähm. Und ja. Auf der Ebene werde ich jetzt spielen. So. Hier ist noch Wasser. Das kommt da raus. Dann kann ich das eigentlich mal zubauen. Passiert da dann irgendwas oben? Nö. Ich darf nur meinen Cobblestone Generator dann nicht mehr benutzen. Das lasse ich jetzt einfach nochmal. Ähm. Hier ist die Ebene. Hier ist die Ebene. Hier ist die Ebene. Hier ist die Ebene. Ähm. Und es ruckelt schon wieder. Lol. Egal. Hier ist die Ebene. Hier ist die Ebene. Hier. 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 Ja. Größer muss ich es jetzt am Anfang. Am Anfang eigentlich mal nicht machen. Das lasse ich es mal so. Ich baue hier noch ein bisschen weiter. Ja. So war es. Genau. Jetzt fülle ich das hier noch aus. Und dann langt es mir erstmal als Anfangsebene. Dann muss ich ja das hier oben dann auch erstmal abbauen. Genau. So. So. Und dann mal meine Fackeln benutzen. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Monster spawnt. Das wäre ärgerlich. Und dann so. 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 Genau. Okay. Okay. Kann ich ja hier an. Ich gehe hier hoch. Ja. Ich gehe hier hoch. So. Okay. Ah, nochmal ein Sapling gekriegt von den... Was? Da oben ist immer noch was. Ähm. Okay. Ah ja, da oben. Ich sehe das Holz. Das hängt da dazwischen. Okay, dann gehe ich da halt auch nochmal hoch. Na, ich hasse so große Bäume zum Abbauen. So, na hoffe ich, bis man die ganz weg hat. So. Gut. Jetzt aber. Da ist jetzt nur noch mehr ein Holzstück drin. Nein. Gut. Okay, ähm, ja, dann fange ich mal um mit meinem kleinen Umzug. So. Ähm. Ja, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Ja, dann würde ich doch mal einfach echt sagen, dass wir jetzt mal anfangen mit unserem Umzug. Und, ähm, ja, wie fangen wir das jetzt am dümmsten an? Dass das funktioniert alles. Ich würde mal sagen, ich baue als erstes mal. Ähm, ja, das mache ich. Ich gehe als erstes hier nochmal runter kurz. Eben ein schön... Oh, 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 oh. Aufzug hier. So, danke. Ähm, und baue hier mal irgendwo eine unendliche Wasserquelle hin als erstes. Ähm, die kann ich ja dann später ganz einfach eigentlich wieder versetzen. So, jetzt, wie gedenke ich das dann jetzt mal zu machen? Ähm. Warum spritzt es hier gerade? Ich habe hier doch nirgends Wasser. Hä? Okay, oder regnet es gerade? Hallo? Nö. Hä? Keine Ahnung, was ist soll. Egal. So. 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 Und dann baue ich nochmal eins weiter. So. 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 Okay. Das langt doch jetzt eigentlich fast. Moment, ich baue es einfach so groß wie das obere mal. Hier passt es schon. Hier nach hinten muss es noch ein Stück größer warten. So. 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 Gut. Okay, dann in die Richtung. Äh, Moment mal. Passt jetzt so von der Ebene von oben her. Nur ob es da jetzt passt. Baue ich jetzt überall nochmal eins raus. Dass die von oben runter fallenden Blöcke dann hier drauf fallen alle. Und dann war es das eigentlich soweit. Die Lava hier da unten fließt immer noch nicht weg. So verbuggt. Gibt es doch gar nicht. Naja, egal. So. Okay, dann hier baue ich auch nochmal eins raus dann. Nein! Was zu hören? Ich habe, ich habe 100% Shift gehalten. Leute, das, ich, ich, ich schwöre es euch. Ich habe Shift gehalten. Das ist so buggy, das Game. Das gibt es doch nicht. Ja, ich habe was wichtiges verloren. Ich habe meinen Eimer verloren. Na toll. Aber, Alter, ich habe, ich habe 100%ig meine Shift-Taste gewogen. Ganz 100%ig. Ganz sicher. Ich war drauf und ich habe drauf gedrückt. Das gibt es gar nicht. Okay. Ähm. Ja, gut. Buggy. Minecraft. Kann man nichts machen. Moment mal. Wie mache ich das da am dümmsten? Ähm. Brauche ich zwingend einen Eimer? Ja, ich brauche zwingend einen Eimer. Ich muss nämlich hier die Lava wegkriegen. Wobei, ich könnte es eigentlich auch so belassen, wie es ist. Ich könnte mal versuchen, ohne Eimer auszukommen. Ich probiere es einfach mal. Schadet ja nichts. Weil sonst Eimer... Doch, ich brauche natürlich einen Eimer später fürs Farmen und für alles. Ich brauche 100%ig 100% sicher einen Eimer. Ähm. Ja, wie machen wir das dann am dümmsten? Das wird wohl leider nicht anders gehen, als dass ich einfach mal... Ähm. Ja. Ein bisschen Cheate. Ja. Muss ich leider machen. Aber, wie gesagt, Leute. Also wirklich 100%ig. Ähm. Ihr wisst ja selber, Minecraft ist manchmal einfach nerfisch ein bisschen. Und ich habe es auch schon von anderen Let's Plan gehört. Die habe ich auch erst ausgelacht. Ähm. Und habe es ihnen nicht geglaubt. Und meinem Kumpel habe ich es eigentlich auch nicht geglaubt, weil er gesagt hat, ja, man muss aufpassen an den Kanten. Kann man auch einfach so spontan mal runterfallen, obwohl man sicherlich drückt. Und habe ich ihm eigentlich auch nicht so wirklich geglaubt. 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 Aber, Leute, passt auf. Ähm. Minecraft ist echt buggy. Das, ja, 100%ig. Wahrscheinlich kommt es irgendwie teilweise nicht klar mit dem Setzen von Blöcken und gleichzeitigen nicht runterfallen oder so. Ich habe keine Ahnung, wo da das Problem liegt. Aber anscheinend gibt es da ein Problem. Weil, ja. Das war jetzt einfach, ja, ärgerlich. Und ich fange jetzt auch nicht irgendwie da nochmal neu an, jetzt den Part aufzunehmen oder so. Äh. Nö, warum auch? Mein Gott. Ich bin jetzt halt mal gefailt. Ich habe jetzt halt mal gefailt. Ja. Mein Gott. So. Ähm. Ja, also, um das Thema jetzt nochmal abschließend zu beantworten. Ich werde mir einen Eimer cheaten. Sonst natürlich nichts. Ähm. Ist ja klar. Und dann. Genau. Geht's hier ganz normal weiter. Wobei ich jetzt gerade noch gucke. Was kann ich jetzt hier noch machen? Ich kann eigentlich mit dem Abbauen hier oben schon anfangen. Aber ich würde sagen, dann im nächsten Part seht ihr dann, wie es weitergeht. Dann habe ich auch wieder einen schönen Eimer. Und genau. Bis dann. Viel Spaß mit Let's Play gucken. Ciao. Ciao.